Der Krieg verändert die Menschen. Er schickt einen in den Kampf gegen diejenigen, die man liebt. Und verwandelt sie in Hassobjekte. Wo wollt ihr Ratten so schnell hin? Und wenn es so weit ist, frag die Katze. fängt das Töten ab. 5.000. 5.000 Dollar, wenn sie den ganzen Trupp töten. Wenn ich sie alle schnappen und Tod ihr abliefern soll, na gut. da brauche ich jemanden, der sich hier auskackt. Na, sieh mal an, wenn das nicht mein kleiner Bruder ist. Er hat Witterung aufgenommen. Ihr Bruder. Na, das macht die Sache richtig interessant. Ich will nur eins. Mich rächen. Ich sehe es in Ihren Augen, Sir. Sie haben nicht die Absicht, von Ihrer Jagd zurückzukehren. Die Jagd auf Menschen ist nicht vergleichbar mit der Jagd auf Tiere. Wir stellen jetzt dieses Drecksloch auf den Kopf. Die Erde wird mit dem Blut der Hellen getränkt sein. Erarme dich, ihre Seelen, Herr. So etwas wie euch ist kein Platz auf Gottes grüner Erde.